Am 2. Februar 2020 sorgt Musikerin Sarah Connor mit diesem Schnappschuss für eine echte Sensation. Nach 16 Jahren sehen wir zum ersten Mal das Gesicht von Sohn Tyler, der aus Saras erster Ehe mit Sänger Mark Terenzi stammt. Seitdem haben wir den Teenager schon häufiger bewundern dürfen, ganz im Gegensatz zu seinen Geschwistern. Vollblutmama Sarah kämpft wie eine Löwin für die Privatsphäre ihrer Kinder und macht nur selten Ausnahmen. Doch die Zeit kann auch die attraktive Blondine nicht stoppen, denn ihre Spresslinge wachsen immer mehr zu jungen Erwachsenen heran, die ihre eigenen Köpfe und ihre eigenen Zukunftspläne haben. Sohn Tyler stellt sein musikalisches Können gerne auf Instagram unter Beweis und auch seine jüngere Schwester Summer hat ganz offensichtlich das Talent ihrer berühmten Eltern geerbt. Nach einem Duett mit Mutter Sarah wagt sich die heute 15-Jährige gemeinsam mit ihrem älteren Bruder erneut auf musikalischem Boden. Auf der Plattform TikTok ist ein Video des Geschwisterpärchens aufgetaucht, das sie beim Musizieren zeigt. Doch Summers rauchige Stimme und Tylers Gitarrenspiel sind nicht das eigentliche Highlight in diesem Clip. Es ist Sarahs Teenie-Tochter selbst, die wir hier zum ersten Mal in Gänze bewundern dürfen. Wo man zuvor häufig nur ihre Seiten- oder Rückansicht bewundern konnte, blickt uns jetzt eine hübsche 15-Jährige entgegen, die nicht nur ihre eigene Stimme, sondern auch ihren eigenen Stil gefunden zu haben scheint. Ein lässiges schwarzes Top, cool geschnittene Jeans und modische Sneaker zur wuscheligen Mähne machen Summer nicht nur auf den ersten Blick zu einem aufstrebenden Star. Die Ähnlichkeit zu ihrem Bruder ist ebenso unverkennbar wie die zu Mama Sarah und Papa Mark. Und die dürften bei diesen Aufnahmen vor Stolz nur so platzen. Dass bei dem Connor-Nachwuchs der Spaß aber trotzdem nie zu kurz kommen darf, dürfte spätestens in dem Moment klar werden, in dem Summer ihrem singenden Bruder Tyler ein paar Grashalme in den Mund steckt. Geschwister bleiben eben einfach Geschwister.